Der Hund stammt von seinem Urvater, dem Wolf, ab. Bereits beim Wolf war und isst Fleisch das Grundnahrungsmittel. Dies gilt auch für Hunde, ganz gleich welcher Rasse, ob groß oder klein, jung oder alt. Als Mediziner und Schlittenhunde-Leistungssportler kann ich die Fütterung von Padman-Fleischprodukten ausdrücklich empfehlen. Der mehrfache Welt- und Europameister Dr. Ojen vertraut auf die Padman-Frischfleischfütterung. Padman ist die führende Frischfleischmarke in der Hundeernährung. Ohne Padman-Fleischfütterung wären meine weltweiten Erfolge im Schlittenhundesport undenkbar. Insgesamt sind über 20 verschiedene Fleischsorten im Angebot. Also Frischfleisch für jeden Geschmack. Padman-Frischfleisch wird sofort nach der Schlachtung verarbeitet und schockgefroren. So bleibt das Fleisch frisch und alle Vitamine bleiben erhalten. Sehr wenige Verarbeitungsschritte zum fertigen Produkt garantieren die natürliche Qualität. Eine hundertprozentige Kühlkette, die dem menschlichen Standard entspricht, stellt sicher, dass das Fleisch stets frisch bleibt. So können auch Sie sicher sein, immer hochwertiges und frisches Padman-Fleisch für Ihren vierbeinigen Liebling zu erhalten. Padman-Frischfleisch stärkt das Immunsystem und führt zu einer Verbesserung der Muskulatur. Gleichzeitig stärkt Padman die Sehnen und Bänder Ihres Hundes. Einer der wesentlichen Vorteile von Padman-Produkten sind die Naturbelassenheit und der Vitaminreichtum. Übergewicht und Krankheiten lassen sich so vorbeugen. Padman sorgt für ein schönes und glänzendes Fell. Padman-Frischfleisch lässt sich gut verdauen und verwerten. Daraus resultiert eine kleine Kotmenge. Mit der Padman-Fütterung gibt es weniger Wachstumsprobleme. Dies gilt vor allem für großwüchsige Rassen. Einige Sorten von Padman-Fleisch sind allergenfrei und damit eine große Hilfe bei Futterallergien. Die Padman-Fütterung beugt Zahnsteinbildung vor. Hundegeruch wird vermieden. Aufgrund der Inhalte von Padman-Fleisch ist die Gefahr eines Parasitenbefalls Ihres Hundes weitaus geringer. Padman-Produkte einfach auftauen. Erhitzen ist nicht notwendig. Padman-Frischfleisch – die gesunde und ausgewogene Basisernährung für Ihren Hund. Variieren Sie in der Fütterung Ihres Hundes und wechseln Sie unter den mehr als 20 verschiedenen Padman-Fleischsorten. Ihr Hund wird es Ihnen danken.